Hallo liebe Easy-Plessy-Freunde, jetzt kommen wir zum Stoff 45A72, ein hochtransparenter Stoff, den gibt es in einer Serie in verschiedenen Farben, quer eingelegte Fäden, man sieht, man kann sehr gut durchgucken, die Fäden sind in so einem sehr lezenten Beigeton, ein ganz eleganter Stoff, hochtransparent, wie man sieht, man kann ja durchgucken und ja, ein toller Stoff, ganz fein und elegant, 45A72.